Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Mario. Wie heißt du? Ich heiße Lisa. Hallo, Lisa. Wer bist du? Ich bin ein Mädchen. Wer bist du? Ich bin ein Junge. Ich heiße Lisa und ich bin ein Mädchen. Ich heiße Mario und ich bin ein Junge.